In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem neuen Atif One 5 Style, dem neuen All-in-One PC von Samsung. Eines der neuen Geräte, die auf dem Samsung Event in London vorgestellt wurden, ist der Samsung Atif One 5 Style. Der Samsung Atif One 5 Style ist ein All-in-One PC. Das bedeutet, dass in den Bildschirm alle Teile eingebaut sind, die normalerweise in einem Rechner stecken. Somit hat man einen vollwertigen Computer, jedoch keinen riesigen Rechner zu Hause herumstehen. Das Gerät ist an seiner dünnsten Stelle 4,5 mm dick und hat das Betriebssystem Windows 8. Dazu kommt ein 21,5 Zoll großer Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Außerdem ist der Bildschirm ein Touchscreen und somit berührungsempfindlich. Dadurch kommt das Betriebssystem Windows 8, welches mit seinem Kachel-Design sehr gut für Touchscreens ausgelegt ist, noch besser zur Geltung. Der Samsung Atif One 5 Style besitzt einen Intel-Prozessor der neuen Haswell-Generation. Außerdem 4 GB Arbeitsspeicher. Dazu kommen AMD Radeon HD 8400 Grafik und das Samsung-typische Design. Die Anschlüsse des Samsung Atif One 5 Style sind HDMI in und out, ein Ethernet-Port, USB 3.0 und 2.0-Anschlüsse und sogar einen Antennenausgang, durch den man das Gerät als Fernseher verwenden kann. Verkaufsstart wird Ende 2013 sein, der Preis für das Gerät wurde jedoch noch nicht genannt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, so könnt ihr meine wöchentlichen Videos verfolgen. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr dieses Video gesehen habt und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, alles Tutorial einfach.